Hallo, guten Morgen meine liebe Freunde und Freundinnen. Mann, 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 was ist das heute schon da gewesen? Das ging heute Morgen hier schon ganz komisch los. Also Freunde, wissen Sie, was unglaublich ist? Was das Dusche so alles bewerbt. Ich war heute Morgen hier schon noch müde, kaputt und schlecht gelaunt. Und dann musste ich in die Dusche. Und jetzt bin ich müde, kaputt, schlecht gelaunt mit Vanille-Geruch. Ja, genau so. Und meine Fräulienchen war auch schon stinklig. Die hat mich unter der Dusche angepflaumt. Nur weil ich ihr mal ganz kurz das Zähnchen gezeigt habe. Nur mal so kurz rüge machen. Boah, wo ist die Abgang? Ja, wie so blücherst du? Ja, hat sie gesagt, mein lieber Freund, ich ziehe nicht noch immer Molli groß. Denke ich mir, was ist denn das für Tier? Ja, die hatte Hund gehabt und der hieß Molli. Und das war ein Beißer. Also, der hat gebeißt bei der Bürste und beim Dusche. Ja, hat sie gesagt, gerade sowas zieht sie mit mir gar nicht erst groß. Bräuchte ich mir gar nicht erst Inselbilder. Ja, hat sie gesagt. Ich habe noch sofort meine Zähne wieder hingepackt. Ja, und habe gedacht, jetzt bist du am besten ruhig, bevor es noch mehr Eier gibt. Jetzt, wie ich fertig war, bin ich schnell raus in die Wiese. Und am besten bleibe ich halt dort raus und gehe in der Haus zu Füßen. Weil die war richtig sauer. So habe ich die noch nie erlebt, Mensch. Also, Freunde, euch wünsche ich auf jeden Fall ein schöner Tag. Und ich hoffe, euer Startendetag war besser wie meiner. Also, morgen mache ich das anders. Ich muss mich heute wieder einschleimen. Bis dann. Tschüss. Euer kleinlauter Molli mit die weiße Tatze. Socke. Äh, Füße. Ne, doch, Socke. 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 Vielen Dank.